So, wir starten jetzt weiter mit unserem Schneebauseminar. Jan hat sich inzwischen dann doch eine Jacke angezogen. Die Vernunft ist eingekehrt. Muss raus. Haben wir eine Größe festgelegt? Eine Größe? Ja. Ja, so viel was geht, was an Schnee da ist. Muss halt gebaut werden, Jan. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir für den Mittelstahl und den Kochstahl auch noch was haben. Aber es ist ja erstmal was. Ansonsten wandern wir auch die andere Seite drüber. Obwohl, das sind 100 Kacke, ne? Aha, der Herr trägt also rosa Unterwäsche, mhm. Hehehehe. Ich... Jetzt einmal von vorne die Front. ... ...